So, für alle noch ein kleiner Tipp, die wollen hier nach Thailand reisen. Wenn ihr auf Flughafen seid, geht nicht unten zu den Taxis, sondern geht einfach hoch, wo normal die Abflüge sind, und dann geht raus. Dann stehen ja die ganzen Taxis da, die die Leute hergebracht haben. Mit denen könnt ihr dann ohne Probleme zu einem besseren Preis, als mit denen unten fahren. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr wollt, gut, wenn nicht, dann zahlt mehr.